Nächstes Mal glauben die Hamburger immer, Sylt sei ein Stadtteil von Hamburg. Ich habe gestern Abend Hamburger getroffen, denen ich erklären musste, Sylt bleibt schließlich holsteinisch. Das ist eine besondere Insel, der Lage wegen, des Klimas wegen, sehr viel Sonnenscheinstunden, immer Luftbewegung. Es gibt, ich glaube, keine andere Region in Deutschland, in der sie auf so wenig Quadratkilometer und so viele gute Restaurants finden wie auf Sylt. Es gibt auch keine andere Location, obwohl ich von der Ostküste auf Strande komme. Timmendorfer Strand ist auch ganz toll, aber keine andere Location in Deutschland, wo sie sich in so kurzer Zeit so intensiv erholen können wie auf dieser Insel. Ich bin immer wieder gerne hier, seit 50 Jahren jetzt. Und es ist einfach auch ein Ort der Entspannung, aber auch ein Ort der Anregung.